Ja Leute, was geht? Es geht weiter. Let's play God of War Sengen mit mir den Pirates. Wir machen weiter. Wir sind hier immer unterwegs und halt mal hau ich die Eier hier kaputt. Wieso kannst du die eben da runterkicken? Ach so, wenn du ihn springen. Das ist ja die blöde Hunde. Oh, was ist denn? Ich bin gesorgt hier. Ah, tschüss. Wir sind unten. nein dann wirst du einfach nur noch bekämpfen und vor die restlichen ob so noch aufsammeln scheiße ist so 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 Ah, okay. Scheiße. Verdammt, hab ich jetzt nicht reagiert. Okay. Ah, warte. Die Aufnahme ruckelt, oder? Jupp, die ruckelt. Äh, warte kurz. Ich erzähle kurz neu. So, jetzt geht's weiter. Irgendwie haben wir die Aufnahme mit verschossen. So, jetzt sollte ich jetzt, 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 jetzt probieren wir es auch mal. Jetzt geht's, ja, jetzt, jetzt sieht es auch wieder weg aus. Sehr schön, okay, was soll man hier machen? Wir werden jetzt abgeschossen, das habe ich gesehen. So lange eine Quick-Termin-Wend, ne? Äh, ja. Okay. Und nochmal. Und zack. So, da hat er einen Abflug gemacht. So. Ah, damit. Jetzt den Weihler. So. 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 Wo? Ah ja, jetzt hat er wieder erledige Energie. Ah ja, die kann man runterkicken. Sehr schön. Tschüss. Sooooh. Ach du Kack. Ja. Also, hier sind ja Todesfalleinberg, ey. Naja, nur als ich hier... Warte. Blau, grün. Also, rot? Nö. Ey, rot genommen. Wind und IG, bitte. Tage, wo einen Tag eines Orakel suchen nennen. Ich komme aus dem Land des Pharaos. Es ist so kalt hier. Wenn ich zurückkehre, ohne dort gewinnen zu sein, ist es mein Tod. Und... Oh. Sehr schön. Das ist... Das sieht sicher aus. Da ist es bestimmt sicher. Hier. Das ist ge... Äh... Der Stütz habe ich bestimmt nicht gehabt. Was am Ende des Haures? Wir suchen einen Tag. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das? Ate Swing Ate Swing um Gruß auf Ah, jetzt kippt doch beide mal auf. Ich glaube es. Ich glaube Strom ist besser. Ja, alter. Benutzt man eigentlich das blaue Zeug. Warte mal, benutzten wir das eigentlich. So, steuerung. Äh, springkörperlich angriff, äh, magie. A2 ist Magie, A2. Gucken. A2 ist Magie. A2 ist Magie. Okay. Okay. A2 ist Magie. A4 ist Magie. A2 ist Magie. Beschäftigen müssen Hallo Ich hab doch Greif ihn doch Ach ernsthaft jetzt Greif ihn bitte mal Ähm Oh ja das ist die beste Kamera Äh ich seh nix Also Sehen würde ich ganz gerne was Und sich einrichten Danke Zimmer Ich werde viel zu sch... Nein Ich werde schnell gesprungen Scheiße. Kann ich mir das normal machen ne? Bestimmt Weil das mit Gegnern war Ne 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 Muss ich nicht Aua 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 Wenn ich mich jetzt noch... wenn ich jetzt noch gehen lassen würde ne Danke Nein Oh ich bin zu schnell Ah Ah Ich bin nur... okay Ich bin nur zu hektisch dann... dann deutlich ruhiger werden dann... Würde ich es schaffen Warten würde Natürlich So... ich bin... nein Jetzt wird es ganz toll wenn du das machen würdest Genau So... ja... Ja... wenn man zu blöd ist äh... Zwei Tasten zu drücken... Ja... wenn man zu blöd ist äh... Zwei Tasten zu drücken... Ey... wie ist es jetzt verarschen oder was... Kriegst du hier blöden drei Haken nicht hin oder wie... Ach... Ey... das sind ja die Szene wo du hängst ne... Ist so ein Bossgeker... Was ist denn... Ja... Ja... toll... Ja... Ja... Toll hab ich hier gegriffen... Alter... was ist denn das ne scheiß Szene... Oh ne... ich hab' besser gewonnen... Die Neustausch... 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 komplett... und nicht so... Oh Lord... Kriegt die nicht hin... Kriegt die nicht hin... So und so Leute... Wie geht's euch... Ist grad nur ein bisschen dumm... Ey... ich hab' gedrückt... Oh mein Gott... Das klappt nicht gereicht... Ah... ich hab's endlich geschafft... Oh... Gott sei Dank... Boah... alter... Das sind die Szenen wo du dann nicht irgendwie abackerst... So geht ja auch kein Problem... Geht ja schafft man grad noch so ne... Aber da sind dann die Szenen ne... Wo dann sitzen... Verzweifelt sich... Wer denkt so äh... Kann jetzt nicht wahr sein... Da wird das irgendwo gespeichert... Also ist alles gut... Alles ist auch drinnen... Alles ist auch drinnen... Oh ein Kuida... Schon mehr Kuida... Ich hab' ja gesehen... Ich hab' ja gesehen... Ich hab' ja gesehen... Aber... Ich hab' ja gesehen... Aber kann das ja... Wir müssen mal wieder aufhören. Oh, ist okay. Ich kann den Tobi jetzt hier. Ich hab mir das nie gesagt. Hab mir auch gedacht. Okay, ich hab auf jeden Fall in der Tageslicht gesehen. Ich hab einen Fluchtweg hier schon entdeckt. Ah. Oh, Leute. Wie lange geht das noch so? Oh, Mensch. Stopp. Ich kann nicht... Ich mach die Gaggen im Kopf, ne? Oh. Na. Und. Ja. Bin wir da. Na, freut ihr euch? Nee, nicht so. Oh, ihr habt's geschafft. Ich hab's geschafft. Ach so, die zweite Schlange. Ach so, das war das Ziel. Ah, okay. Wow. Dööööö. Dööööööö. Ah, okay. Boah, alter Schwede War schon geil gemacht Aber Nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier Ein kleines Folgenpäuschen wieder einlegen Und beim nächsten Mal weitermachen Ich danke wie immer für's Zuschauen Ich hoffe, dass es euch heute wieder ein bisschen Spaß gemacht hat Und ihr am nächsten Mal hier wieder mit am Start Auch wenn ich heute ein bisschen öfters gestorben bin Als doch geplant Ey, das war irgendwie eine Kackse Das war so eine Szene Die sau einfach ist Und irgendwie dumm und schwer umzusetzen Das war ich einfach eben Einfach dumm Und das wird's sein Das ist glaube ich, das geht zur Lösung Na gut, bis zum nächsten Mal Ich wünsche euch was, haut rein Bis dann, mein Pirates, tschüssi, tschau Bis zum nächsten Mal, tschüssi